Aufzug oder Treppe? Aufzug. Apfelsaft oder Cola? Apfelsaft. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Frühstück oder Nachtmahl? Mittagessen. Michael Jackson oder Prince? Prince. Flipflops oder Sneaker? Flipflops. Ski oder Snowboard? Ski. Sonne oder Mond? Sonne. String, Tango oder Unterhose? Unterhose. Ballerinas oder Stöckelschuhe? Stöckelschuhe. Simpsons oder Schaunderscharf? Was ist das andere Simpsons? Amadeus oder Grammy? Grammy. Grammy vielleicht. Peter Alexander oder Christoph Walz? Christoph Walz. Twinny oder Jolly? Jolly. Amboss, Fendrich oder Tanzer? Amboss. Bologna oder Wien? Wien. Herr der Ringe oder Harry Potter? Herr der Ringe. Fernsehen oder Kino? Fernsehen. MP3 oder Schallplatte? Schallplatte. Nachthemd, Pyjama oder nackt? Nackt. Wodka oder Gin? Gin. Mit oder ohne? Mit. Sahne oder Schlagobers? Schlagobers. Haus oder Wohnung? Haus. Liebe oder Leid? Liebe. Tour oder Studio? Tour. Oben oder unten? Unten. Online oder im Geschäft? Im Geschäft. Ist da jemand? Nein. Scharf oder süß? Scharf. Kopf oder Zahl? Kopf. Acht mal acht? Ist 64. Fenster oder Klimaanlage? Fenster. Zeitung oder Magazin? Zeitung. Obst oder Gemüse? Obst. Hemd oder T-Shirt? Hemdt. Stones oder Beatles? Beatles. Offener Kamin oder Kachelofen? Kachelofen. Gürtel oder Hosenträger? Gürtel. Tennis oder Tischtennis? Tennis, oder? Ja, Tennis. Blond, rot, brünett? Brünett. Warz. Brust oder Keule? Brust. Jeans oder Bermudas? Jeans. Regen oder Sonne? Regen. Bleistift oder Kugelschreiber? Bleistift. Stones oder Beatles? Beatles. Berg oder Strand? Berg. Nein, Strand. Okay. Weiß oder Schwarz? Dankeschön. Sehr gerne. Ich finde es gerade so richtig reinkommen. Jetzt haben wir eigentlich erst etwas verstanden am Ende.